So, und damit wieder ein recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge habt ihr gesehen, wie wir kläglich versagt haben gegen den geilen Assassinen, der uns instant killt, nachdem wir diesen Part da genommen haben. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, lassen wir den Part einfach mal liegen und gucken uns erstmal ein bisschen weiter um. Ja, wir haben jetzt natürlich noch ein paar Sachen jetzt noch so offscreen quasi gemacht. Einfach, weil ich das cool fand. Und weil das irgendwie sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und was höre ich? Und ich renn, renn, renn wie der Teufel und besenkt, senkt, senkt und erkühlt mich einfach instant, instant, instant. Warum weiß ich nicht. Das ist ja mal richtig kacke. Okay. Sehen wir uns gleich wieder. Okay, also. Wir sind jetzt wieder hier und ich habe mich jetzt einfach mal dafür entschieden, da oben nicht lang zu laufen. einfach, weil ich bedenke, lass uns hier unten lang laufen. Lassen wir uns einfach mal hier unten erstmal ein bisschen ein paar Sachen erkunden. Ne, wir waren ja hier schon mal. Da vorne liegt irgendwer. Und wir gucken jetzt mal. Da ist auch ein Bämmchen. Ist hier denn auch ein Bämmchen? Ne, hier ist kein Bämmchen. Alter, was ist denn hier passiert? Junge! Wer ist hier? Wer ist hier? Fool? Äh, verbretten? Ja, dann verbrette ich mal vorsichtshalber. Das sind jetzt, leider Gottes, das ist jetzt wirklich nur eine Vorsichtsmaßnahme. Sag, sag, so wie es ist. Das ist jetzt, äh, da ist jetzt einfach nur Vorsicht geboten. Boah, nice, die nehme ich doch lieber mit. Nice! So, haben wir jetzt noch ein paar Sachen ge-cleared. So, hier haben wir noch ein bisschen Munition plus ge-ge-clebel. Das sieht aus wie eine Krankenstation. Und er hätte dieses, äh, wie, 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 wie ein Beatmungsgerät. Eigentlich stellt nur noch einer. Hallo? Ich hab grad schon was zu kaufnehmen. Was auch immer es war, ich habe keine Ahnung. Das ist mir aber auch scheißegal gehabt. Ich nehme einfach alles, was nicht nid- und nagelfest ist. Äh, ist das richtig, dass da ein Kopf ist? Also, dass da so ein Kopf aufgeburt wird. Was haben wir hier? Ja, das frag ich mich auch gerade. Was zum Fick haben wir hier? Ich bin jetzt hier. Oh, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Das ist ja jetzt nicht euer Ernst, oder? Alles richtig? Ich bin beeindruckt. Warum sind sie zurück? Ich habe ihnen keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch vieles beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Warum Äußeres? Was ist denn mit euch verkehrt? Das ist Marcelo. Ist der andere Ruvik? Ja. Das ist der Assassine, der dich die ganze Zeit versucht umzubringen. Der dich instant killen kann, Junge. War das überhaupt richtig, was ich da gemacht habe? Ich würde sagen... Nein. Aber ich bin auch kein Doktor. Ähm. Was hat denn jetzt der Doktor mit... 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 Äh, 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 äh... Mit Ruvik am Hut, also zu tun. Also... Muss ich das verstehen? Du Ficker, Alter. Der hat mich jetzt ein bisschen... Ein bisschen surprised. Der... Der... Wichser. So, wer will hier noch was? Außer der SS-Assassine. Das war... Also, ich... Wie gesagt, ich hab mit den... Mit den anderen hab ich alle kein Problem. Außer mit, ähm, dem Assassinen. Ich... Ich geh mal ein bisschen auf Leben. So... So... Zweimal. Einfach so. Einfach, weil ich ein bisschen Schüsse. Scheint dieselbe rote Flüssigkeit zu sein. Okay. Das heißt, ich muss drei Dinger aktivieren. Jut. Ich hab jetzt hier die... The... The Red One. Dann brauch ich noch den im Mittel und... Den anderen. Jut. Warte mal, der andere geht auch hier hin, oder? Der andere Schlauch. Der ging noch. Oh, jetzt kommt wieder der Assassine. Der andere Schlauch. Der ging noch hier lang. Hier lang. Da ist er doch. Ja! Alter, wie willst du denn bitte an dem vorbeikommen? Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Au. Dann geh ich jetzt mal nach oben. Weil es so schön war. Und ich mir denke... Jo. Hier oben gibt es auch einen Schlauch lang. Gehen wir erstmal hier lang. Was kann ich hier machen? Leertaste? Ich kann hier irgendwas nehmen. Ah, ein Fläschchen. Fläschchen. Das macht doch Spaß. So, ein Gefrierbolzen. Das ist auch ganz cool. Da haben wir wieder eine Explosion. Die nehmen wir natürlich erstmal mit. So, haben wir hier noch irgendwas? Oh ja, hier haben wir noch Munition. Nice. So, hier könnte ich nach oben klettern. Das machen wir auch jetzt gleich. Wir klettern jetzt hier auch gleich mal schön nach oben. So, weil es so schön ist. Klettern wir hier hoch. Ich wette mit dir, es kommt gleich wieder hier Ruvik. Unsere Fresse habe ich hier gesagt. Oh, ist so ein Tierverkehr. Vielleicht. Blut. Nicht vorhanden. Aha. So, dann machen wir erstmal hier kurz nochmal ein bisschen auf. Lebel. Und nochmal. Lebel. Weil es so schön war zweimal. Doppelt hält besser. So, hier oben hätten wir jetzt zumindest den zweiten Part. Und witzigerweise haben wir hier nämlich auch die Guillotine, wo von oben Leute mit einem Sack über den Kopf zugucken. Why? Nein. Einfach? Ja, ja. So. Geil wäre jetzt noch gewesen. Muss ich mir das vielleicht merken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf. Oder? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf. Elf, äh, solche Peoples. Sind. Abgebirgt. Das heißt, der große, würde ich jetzt behaupten, wäre eine Elf. Der kleine wäre eine Zwei. Weil da unten sind ja zwei Figuren abgebildet. So wäre jetzt meine Interpretation. So, dann machen wir jetzt hier den hier. Dann holen wir uns den da. Ja, ja. Weil guck mal, hier haben wir jetzt nämlich zum Beispiel nur zwei Bilder. Eins, zwei. Zwei Personen abgebildet. Das heißt, der kleine Part wäre dann eine Zwei. Und der große Part wäre in meinen Augen eine Elf. So, das wären dann, was habe ich gesagt, Elf. Richtig. Und zwei. Und damit macht sich ne Geheimtür auf. Ja, klar. Ähm. Ja. Ja. Und. Ja. Da sieht gar nicht. Was muss ich denn jetzt hier wieder anklatschen? Ist das richtig? Proband Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung, limbisches System, dritter Versuch. Elektroden, hast du das gesehen? Die Augen bewegen sich noch. Stimulation des zingulierenden Kontexts, Zentrum der Hoffnung. Erzentrum der Hoffnung, bitte. Ne, war ein Erzentrum der Hoffnung. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Ah. Das war falsch. So, Hoffnung müsste ja dann auch hier unten gewesen sein, eigentlich. Alter, der bewegt doch das Auge. Das Ding ist noch am Leben. Hä? Äh, die ist doch Hoffnung, oder ist es hier vorne, der Ding? Okay. Okay. Muss ich jetzt noch so einen Kopf finden, oder was ist... Oh, nee, da muss ich ja bestimmt da hinten hin, wo ich gerade eben war, wo der andere so ein bisschen noch gesnackt hat. Leck um mir. Er wird mich jetzt auch nicht wundern. Er hat dieses Jahr nicht die übliche Spende deiner Familie erhalten. Und warum sollten wir spenden? Hat die Klinik irgendetwas von Wert hervorgebracht? Deine Familie hat bisher immer einen großzügigen Beitrag gelastet. Immer. Wo sind deine Eltern? Sie sind weg. Wann kommen sie zurück? Richtig. Wird es sonst noch was zu besprechen, Doktor? Ich wollte dich darüber informieren, dass die Klinik dir nicht länger Unterstützung und Materialien zur Verfügung stellen kann. Klar. Du. Du wirst deine Forschung kaum aufrechterhalten können. Ja, nee, ist klar. Hierher zu kommen und mir zu drohen. Ja. So viel dazu. So, ich würde jetzt mal sagen, den letzten und dritten Part, den werden wir uns gleich noch raussuchen. Wir gehen jetzt... Wir nehmen das einfach noch mit. Und sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt nochmal wieder Spaß bei einer Runde The Evil Within. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt The Evil Within. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert gerne unseren Channel. Bis dahin sage ich erstmal... Rige Hau. Also, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Zuv Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In the news